Und willkommen zum nächsten Video. Das Thema dieses Videos ist Coachability and Teachability. Das heißt, ich erlebe es immer sehr, sehr häufig. Leute starten, erzielen ihre ersten Erfolge, vielleicht im Trading oder im Network, was auch immer, und denken auf einmal, sie wissen alles besser. Aber lass dir eine Sache gesagt sein. Ein Mentor sagt dir nicht das, was du hören willst, sondern das, was du hören musst. Die Person, die dir das Ganze hier gezeigt hat, die Person, die vielleicht schon ein bisschen länger am Start ist, egal wer eine Person, die einfach schon länger am Start ist als du, vielleicht schon auf einer besseren Position ist als du, sie wird ja niemals Sachen sagen, um dir zu schaden, sondern immer nur Sachen sagen, damit du auf das nächste Level kommst. Und deswegen, wenn dir eine Person einen Tipp gibt oder vielleicht auch Kritik äußert oder was auch immer, dann nimm das nicht negativ auf, sondern bedanke dich dafür, dass die Person real zu dir ist und nicht irgendwie dir Honig aufs Maul schmiert oder sowas, um halt dafür zu sorgen, dass es dir gut geht oder so, sondern bedanke dich dafür, dass du vielleicht Kritik bekommst, bedanke dich dafür, dass die Person dir Tipps gibt, auch wenn du vielleicht dich gerade in dem Moment an Kaufdebill fühlst, weil die Person möchte nur, dass du aufs nächste Level kommst. Und ich merke es immer wieder, dass Leute starten, hier ersten Erfolge ziehen und auf einmal sich nichts mehr sagen lassen, weil sie denken, sie wissen alles besser. Aber glaub mir, wenn ich dir irgendwas sage, dann mache ich das nicht, um dir zu schaden, sondern ich bin genau durch die gleiche Situation gegangen und möchte dir einfach nur meine Erfahrungen mitteilen, damit du halt nicht diesen Fehler machst, sondern damit du schneller an dein Ziel kommst, schneller auf diese Position kommst, wo vielleicht ich bin. Das heißt, ich versuche, das Prinzip durchzuführen, recreate experiences, recreate success. Das heißt, ich versuche dir nur Sachen auf den Weg zu geben, die ich schon gelernt habe, wo ich vielleicht mich länger daran aufgehalten habe, damit du viel schneller an dein Ziel kommst, als ich komme. Mein Ziel ist, dass du, wenn du jetzt startest, Minimum die Hälfte der Zeit brauchst, um dann an das Ziel zu kommen, wo ich langfristig hinwollte. Das heißt, sei immer coachable, sei immer teachable, weil ist dein Coachability-Index hoch, wird dein Einkommen auch hoch sein. Ist dein Coachability-Index niedrig, wird dein Einkommen auch niedrig sein. Das heißt, dein Einkommen zeigt dir immer, wie coachable du bist. Du wirst merken, Leute, auch Leute, die vielleicht schon extrem, extrem, extrem erfolgreich sind, sind immer coachable. Sie schreiben zum Beispiel auf jeden Call mit, egal bei was für einer Person, weil du kannst auch zum Beispiel von einem Obdachlosen Sachen lernen. Du kannst von jeder Person etwas lernen, deswegen sei immer offen, sei immer coachable und lass dir immer von anderen Leuten was sagen. Hörst dir wenigstens an, aber vor allen Dingen Leute, die da stehen, wo du langfristig hinmöchtest, versuch die Sachen umzusetzen, egal vielleicht, was du am Anfang darüber denkst.